Musik Hoi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call of Duty Blackout 4 Zusammen mit Saftiges Gnu Und Die Rampenrate Los geht's Toll, das reicht, danke Wie kann man Rampen bauen? Wie kann ich bauen, wie kann ich bauen? Wie kann man editieren? Ah, ich fliege Ja, der hat nur wegen dir angefangen mit allem Oh ja, stimmt Oh, du geiles Samet Zeit mal her, du Wie mache ich hier meine Emotes? Ey, das sieht aus, hättest du Ballerinas an Stell dir mal vor, du arbeitest im Altersheim und sowas passiert Ja, plötzlich kriegt ein alter Mann vor dir so rum Was machst du? Vor allem so ein stilvoll gekleidet Oh, ich habe mich voll gemacht Hallo Hallo Warte, warte, ich versuche gerade Nein, bleib wie du bist, dreh dich um Hallo Siehst du das? Ja, du sprichst dir selber das Gesicht Guck mal, Revi Ich klettere Ich bin noch sehr fit für einen alten Mann Komm, scheiß nur Revi, sagst du was Kann man sich auch nicht rollen? Ja, ging das sich auch irgendwie? Ultrano Mit Ultra-Profi Und Eisenhelm anzieher WTF, wo seid ihr denn? Ich komme Revi, wasser Ich muss los Revi, dreh dich um Ah, ich werde beschossen Revi, dreh dich um Es tut mir leid, es geht nicht anders Revi, dreh dich um Ich hole Ranzrate ab Revi, dreh dich um Okay, hier Hi Stefan Nein, ich bin schon mal Hallo Stefan Steck doch ein Ich lauf, ne, ich lauf Alles gut Hast du ne Waffe? Ne, ne, ich hab keine Waffe Aber du brennst So Stefan, wie geht man da jetzt am besten vor? Ja, so nicht Ich bin tot Achso Oh ja, hier war einer am Haus Oh, er wurde tatsächlich Oh, Revi, hol ihn dir, hol ihn dir Wie nah muss ich an den Rahmen mit der Shotgun? Weißt du das Stefan? Ah, schon so Oh na, jetzt Jetzt Oh, sehr gut Komm, ich schieße ihn tot Sehr gut Was? Hä? Drei Schüsse, der liegt am Boden Verreckt nicht Na ja Gut, aber immerhin bin ich der Beste Von uns allen Hey, 26 Leute Ja, und ich hab immerhin Ich hab immerhin Kill gemacht Also Weil der Typ geradzt wird ja nicht mehr Tja Ja, Stefan Statement Ja, war schon sehr gut auf jeden Fall Ich guck mir das auf jeden Fall jetzt ab Ja, dann machen wir das doch nochmal, oder? Oh ja Freunde Samstag 27.10.18 Uhr Promo Peter Sack Schaltet den Revi 12 Stunden Stream ein Der wirkt nicht nur geil Sondern auch super Samstag 27.10 Uhr Ab 18 Uhr 12 Stunden Stream Auf Twitch Kommt vorbei Rettner Skurt Wäre vielleicht cool, wenn ihr jetzt mit mir springt Oder ich mit euch Der Hevi ist abgedreht Ja, ich musste, weil ich sonst mitten auf der Straße landen wäre Ach komm Rübi Du bist unser Betreuer Du musst vorspringen Stefan Genau Hier sind die beiden Rentner Ja, ich bin vorgesprungen Ihr seid nicht mitgekommen Ja, wir sind ja auch alt Alt, vergesslich und inkontinent Ausflug mit den Alten im Altersheim Hä, ist das hier gerade kein Roleplay? Grandpa Simulator Alter, ich bin so ein Pro-Gamer Nö Ttttttttt ttttltttttsdlttltttttttltttt sortirvtrmtttttltttttttltttttltttttttttttschntttt sahauttttttttttttlttttttttttttttttttttttttttttttttttttkst e EU Schnauze Sei kein Schwein! Das ist glaube ich gar nicht Fortnite. Kann das sein? Also... Ich weiß nicht, Digi. Ich wollte mich auch gerade in die Luft bauen und ein Schloss bauen, aber das ging nicht. Ja, Opa geht in den Eisenbahntunnel! Der perfekte Charakter für Remix und Roleplay. Ja, ja. Alt und senid und trotzdem hart wie ein Stiel. Was hast du denn? Stiel! Was hast du denn Eis? Achtung, jetzt kommt Opa! Durch die Fensterscheibe mit dem Kopf! Aua! Opa hat eine Waffe! Anstalt bitte für mich! Anstalt, da sind Zombies, das ist dir bewusst, ne? Oh, Weier! Nee, Digga. Na komm, Anstalt ist gut, komm! Wie? Ihr seid natürlich am Revenzeit-Discord! Dann kommt mal da rein, der Link ist in der Videobeschreibung! Und jetzt ganz viel Spaß beim Video! Lasst einen Daumen nach oben da! Euer Promo-Peter! Dann seh ich meinen alten Kameraden wieder! Hey, guck mal, da bin ich ohne Waffen! Das ist das, was deine Mates hören wollen. Ihr bin nicht ohne Waffen! Genau! Das ist das! Gnu, weißt du! Geil! Ich bin wie so ein Virus, den keiner will! Geh du mit Revi, komm! Geh mal, geh mal! Ja, Gnu, willkommen! Hier oben sind Rüstung in Stufe 2, kommt mal her, hier! Oh, nice! Zwei, oder was? Zwei Stück, ja! Okay, die Typen sind irgendwo weiter! Ja, okay, tschüss, Game! Mach's gut! Bei euch auch? Ja! Ey, das macht richtig Spaß! Hä, war ja voll die geile Runde, Alter! Digga, das war mega! Ey, das ist ja das Beste in der Welt einfach! Das macht ja richtig viel Spaß! Gut, dass ich 4.000 Euro für dieses Special-Paket ausgehe! Stefan, hast du denn schon mal einen epischen Win geholt? Ja! Ich hab was hübsches! Im Moment! Mir egal, ich hab einfach starten gedrückt jetzt! Ich hab einfach starten gedrückt jetzt! Ob du fertig bist oder nicht, das interessiert mich nicht! Nein! Digga, richtiger Gentleman! Das ist das allerwichtigste! Oh nein, ich hab's nicht mehr ausgerüstet! Ach man, Fede Gremi, du hast mir voll den Druck gemacht! Herr Pfleger, wir kriegen die Dusche nicht an, die ist kaputt! Gucken Sie mal! Hat der Maul? Die Dusche geht nicht! Oh! Ich nimm die die Bahn! Ich schau ab! Ich schau ab! Oh, wir sind kein Super-Tief! Oh! Gibt's hier auch Sitze für alte Leute? Ja! Opa hat ne Pistole! So! Opa ist sicher! Das ist Opas Zelt! Fürs Campen! High Speed, Opa! Hab einen daunt! Find ich hier direkt! Komm mal her, sind seine Waffe! Nice, danke! Sein Mate ist rechts drin! Auch daunt! Hier vorne sind zwei Leute, vorsichtig! Oh nein, ich bin down, ich bin down! Komm mal her zu mir! Ja, ja, ja! Er wird mich wahrscheinlich direkt... Ne, er wird mich totboxen! Er hat keine Munition mehr! Komm mal her zu mir! Hä? Ein Schlag und man ist down! Jeder hat dich gedowned? Mit einem Box! Er hat mich einmal gehauen, ich war tot! Opa ist bald schon Level 2! Zwei! Ja! Oh geil! Stefan! Ja bitte! Ich bring mich jetzt um! Nein! Doch! Guck mal! Opa ist ein Krall hochgeklettert! Ja! Jetzt kommt Opa! Opa! Oh! Ahoh! Calcium in die Knochen mein Sohn! Time to get calcium boys! Aktiv ins Knie geschossen Zigaretten Achtung, Affe Okay, ist auf dem Dach im Osten Hier ist ein Traumaket, nimm das mal, Stefan Hier, einer down Du flieg komplett woanders hin, an die Ranzrate war das Alles was falsch ist, sagst du immer, das bin ich, Rewi Was ist los? Weil du ein bisschen falsch bist Ey, ein Win muss ja wohl drin sein Diese Spray-Animation ist auch das allerletzte, oder? Ja Das ist wie so ein Aufkleber, der einfach auf den Boden geklebt wird, Junge Kann das sein, dass du hängst, Rewi? Ne, kann sein, dass du hängst So ruhig Zu ruhig Ja, wir wissen, wo die Dudes hier sind, ey Die müssen hier oben sein, oder? Wollen wir hier durch das Parkhaus hochgehen? Hier ist noch ein Ding, hier ist schon mal jemand gestorben, guck mal hier Eine Leiche Nein, ein Leichensack Hier ist noch ein Leichensack, hier ist noch eine Stufe 1 Rüstung Nein, ich will nur meine Hände hoch Die werden oben sein, die werden oben sein Sollen wir hoch? Sicher? Ja, ja, ich glaub schon Hier unten liegen die ganzen Leichen Zone ist auch noch bei uns, die werden sicherlich hier irgendwo hochgelaufen sein Ja, ich seh einen Vorsicht, wenn wir vor mir Der ist hier vorne links Hier 30 ist der jetzt Hab ihn down, hab ihn down Über mir, über mir, über mir, die schießen von oben runter vor Ich weiß, ich weiß, ich weiß Ich hab einen von denen down Der obere hat die Rüstung down, ich hab ihn gedowned Bin komplett geflasht Kommt noch einer von unten, Parkhaus Ich bin down Komm schon, der ist komplett lowlife Hol den weg, auf der Hochfahrt hier Muss denn der? Muss wieder runtergelaufen sein Der muss sich healen Bin schon wieder gedowned, Alter, das kann doch nicht wahr sein Hab ihn? Junge, ey Na gut Da hab ich wohl die Runde geholt, was? Einmal mit dem Kopf durch die Scheibe Springt durch das Fenster Für mich Boah, geil, Alter Ich liebe Geschalldärmter Sounds Das ist echt geil Krieg ich deine? Nein Komm schon, bitte Ich schieße gleich in den Kopf Komm, ich hab einen Laser Ich hab auch einen Laser dran Po-Laser Da kannst du die ganzen Pickel von mir wegmachen am Hintern Mit dem Laser Jetzt leben nur noch 20 Wir sind schon light Ich hab aber erst zwei Kills Reicht ja nicht Hier oben links sind diese Villen, ne? Ach, das ist diese andere Map Das ist diese eine Map Wo mir diese Statue in der Mitte ist Krass Oh, man Ich seh, dass Buzzgewer fehlt Und es kommen wieder alte Gefühle hoch Wo ich mein Herz in die Wand geschmissen hab Je nach Naja, egal Lange, lange Geschichte Weißt du, wir brauchen Kommandos Das Mutterschiff muss sprechen Ich wollte ja vorhin schon rein Revi sagte, lass uns mit dem Kreis spielen Also, hat Revi das Kommando übernommen Ne, 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 jetzt Kommando, randrad zurück Wer ist jetzt das Mutterschiff? Im besten Falle du Weil du hast einen Uterus und wir nicht Wer sagt das? Wir können ja eben kurz mal eben durch Südosten hier noch durch Durch die Häuser Bin ja sofort an der Zone Alles ist ja mal wieder das Problem Was man da natürlich auch weggeholt werden könnte, ne? Ja, wenn du sofort rein willst Wir können doch sofort rein gehen Mir ist doch egal Ne, ja Also, Revi das Alles offen Mir ist alles offen Siebzehn Leute noch am Leben Kommt Das Heu mal Das Heu mal, Jungs Ich habe mich nicht selber angezündet, das Haus nebenan hat schon gebrannt, ich will mich die ganze Zeit um die Ecke lehnen Aber es geht nicht, man kann sich nicht so rechts und links lehnen, weißt du was ich meine? Und das, da spell mich dann die ganze Zeit eh und das ist dann der scheiß Dingens Stell dir mal, tut mir leid, dass ich angezündet habe Ja, macht nix, hast du mich auch schon überfahren Genau, macht nix, ey Ich bin gedowned, aber der andere auch, Vorsicht, der holt mich Mein Gott, er hat mich wirklich getötet, Alter Ich habe alle drei down Ja, dann hol mal die Runde Oh Jungs, nee, oder? Oh Mann, ich hasse, dass wenn so ein Druck auf mir ist, Alter Vor allem zwei Augen, die dir zuschauen Ich hätte ihn noch looten können, weh? Unsere Leichen looten Gnu, es tut mir leid Bisschen Ordnung, meine Organe sind deine Ey, ich blinzel noch, ich bin gar nicht tot, Reg, siehst du Egal, lass ihn liegen Spiel einfach Baby, Baby Tut mir leid, ich kann da jetzt auch nichts mehr machen an der Stelle Die blinzelt noch Alles gut, Digi, wie sagen wir, das war ein Unfall? Genau Links und rechts von mir halt noch, ne? Ich will ja keinen Druck aufbauen jetzt, aber wenn du die Runde nicht holst, du bist Der schlechte Spieler der Welt Du bist so ein Opfer, du bist so ein Bob Okay Und wo? Ich komme von unten rechts Da kommt noch eine Oh, Junge Ey, ich hasse Raketen in jedem Schussspiel Das sind die größten Bastard-Noob-Waffen Aber passt rein Freutiger Schuss Ich werde die Runde jetzt gewinnen, indem ich einfach hier sitze Rewi guck Warte, warte, warte Mann, du sollst, ach man, wie, weil ich dich angeguckt habe, Gnu Weil ich dich angeguckt habe, ich hasse dich Ach man Er sieht mich nicht Ja, das war's von meinem Video, Leute Das ist ein tolles Spiel, was Spaß macht Schaut bei Gnu vorbei, bei Ranzratte Ähm Bis zum nächsten Mal